Hi, na, hier ist der X-Wing, mit deinem weiteren Part, AtleDude, und ich werde diese Bombe nicht benutzen, um diesen Kristall da zu machen, denn ich habe etwas anderes mit dieser Bombe, so. Ich will nicht wissen, was da oben auf diesem komischen Schild steht, das hinter so einem Arm steht. The three items can be obtained in any order, ja. Nur wenn man... Man muss halt an die Kisten in einer anderen Reihenfolge machen. Also, man kann nämlich den Kristall da auch anders aktivieren, als mit der Bombe und die dahin schicken und so. Ich mache das für... für wenig. So. Tada! So, und jetzt... Dann mache ich nämlich so. Und so. Und so. Für den natürlich. Ich will nicht, dass was da draufsteht. Bin gespannt. Super Hint! In the first money chest room, bring fire to the old man on the floor box. In the first money chest room, ja? Ja, das ist der... Oh mein Gott. Kurz vorm Ende sagen wir, ja, hier, du könntest dann einen Shortcut machen. Ich meine, es ist ein super Shortcut, weil... Sonst müsstest du da erst mit Feuer, Schwert und so machen. Und ohne dieses... Diese Info, die man da hat, beziehungsweise ohne das Wissen, was man machen kann, äh... Ist eigentlich nur um möglich mit dem Schwerd anzufangen. Jo, dann... Geh mal hier rein. Hallo? Ja. Hey, final boss. Time to eat stick and give me some treasure. Ah, so you made it this far. I'm impressed. You better be. You've no idea what I had to go through to get here. Ja, of course I know. I'm the one who caref this castle. To test adventurers like you. Puff. 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 I'm ordering item cavern. Blah, you, Lazy. Blah, I've lived blah, blah, easel and perfecting my craft. Blah, blah, taming, wildlife, blah, blah, genies and terpings as good as. I pay them in gold so adventurers can steal it back. Wait a minute. You have this castle? Out of this dump, aye, nothing fancy. Well, then I've found some dungeons on the Iceland too. Spruced them up and a bit with some puzzles. So about treasure. No. To be found here. Shrimp. I do have the artifact. The one you need to beat me to F. Me hand over to you so you can give it back to me in the shop so I will make you a raft. Can I just... Can I just... Can you just... This is the final boss run. Not the charity. Understood? Understood? Oh no. Kind of wrong. Ideal adventure and excitement. If you want treasure, you shouldn't crash on some other Iceland. You're going down, you fraud. I'm gonna beat you to a pulp and take all your stupid gold back into my pocket. For it belongs in my pocket. Spirit. Yeah, that's the Spirit. Time for your final test adventure. Since I have all the weapons, it's still a very difficult boss fight. If you only have two, it's easier. I don't know what's on me right now. I think we'll bomb first. So, first of all, we're going to throw you a little bit in the right direction. So it's nice to get in. Bum. Äh. Hey, hey. So, da ein bisschen rüber. Vielleicht eins runter. Au. Okay. Erste Phase über. Leben. Achso. Brauche ich jetzt ja nicht, weil ich habe ja Feuer und so. Alles, ich mache jetzt so. So. Und den an. So und so. Und den an. Zweite Phase überlebt. So, jetzt kommt wieder was mit Bomben, oder? Ja. Au. Könntest du mal bitte rechtzeitig explodieren? Danke. So, das soll der da passen. Nein, das hat nichts mehr gepasst. Ah, aber da hat es draufgekommen. Das ist schön. So, was machst du jetzt? Oh, nein, ich mag die nicht. Äh, so und so. Ja, das ist fast. So und so. Nein, das passt nicht. Das passt nicht. Schade. Ach, die gehen nicht mal durch Bomben kaputt. Du Scheiße. Das ist natürlich sehr bitter. Au. Es wird ja sein, dass ich jetzt gleich sterbe. Weil ich diese Viecher echt nicht leiden kann. Au, 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 au. Er hat mir tot. Das Schöne an diesem Bosskampf ist, man kommt immer in der Phase wieder, die man nicht geschafft hat. Hallo. Ja. Okay. Mach mal anders. Mach mal so. Ach so. Äh. Sehr blöd. Ich muss eigentlich von unten irgendwie kommen. Ja, ich muss von unten auf jeden Fall kommen. Äh, das heißt. Au. Ich werde jetzt nochmal sterben, weil ich gedacht habe, ich könnte ihn anders bewegen, aber... das war ein bisschen doof. Ach so, ich habe Eis gemacht. Au. Das sind einfach zu viele von denen. Das sind einfach zu viele von denen. Ich werde sterben. Glaube ich. Ja. Das sind einfach zu viele. Ich muss viel schneller die Bomben irgendwie herbekommen. Und die gibt es auch nur, wenn man ein Portal und Feuer hat. Also die Kombinationen, die kann ich echt nicht haben. So. Komm schon. Bombe, 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 Bombe. Ja. Ja. Phase überlebt. So muss das. Ah. Das mag ich. Das ist... Du blödes Tier. Ja. 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 Ist klar. Ja. Erstmal. Das gibt's doch nicht, dass der meine Bombe weggenommen hat. Wo geht das hin? Gut. Ich hab's ja nicht angezündet. Ah. Das gibt es doch einfach. So. Nein. 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 Weg da. So. Einfrieren. Hoch damit. Noch mal einfrieren. Noch mal einfrieren. Und jetzt mach's gut. Ja. Ähm. Ah, okay. So, jetzt muss ich da hoch. Okay. Jawohl. Die letzte Test. Yay. Ah. Da sind die Tippe, ich bin ja. Ich glaube, ich muss alle bewegen, ne? Boah, komm schon. Mal leg' ein Herzchen, das will ich haben. So. Was fliegt da? Ah. Au. Yay. Gibt's doch recht nicht, oder? So, diesmal aber. Ja. Das sah aber gar nicht mal so schlecht aus. Ey. So. Au, au, au. Jetzt habe ich nicht wirklich den Schuss umgeleitet. Ach, nö. Ich treffe einfach nicht. Jetzt komm schon! Blöder Typ, ey. Das war's, oder? Ja, das war's. Puh, hat das geteilt, ey. Enough with the puzzle, you coward. Fight like a boss. But I'm fighting like one. I'm just all... I'm using all the gimmicks I can't think of. Hang on, I'm sure I can come up with a few more. What a joke. You planned the final showdown, but ran out of ideas designing your own attacks? Yes, so well. I don't know what the heck this stick's supposed to be, but the hots were pretty tasty and I'd find this cool stick. I've smacked a lot of things today. So my dungeons were... Three out of five. At best. Yeah, at least we didn't get stuck and stuff to death. Happens all the time. Happens all the time. Puh! It's a success, then. If you're aiming for me, you're scryty, well, you can, I guess. Hey, where you get that? From a rock. Yeah, about that. Yeah, about that. Why are the hearts in the rocks, you sick of me? Oh, I figured you'll be wrecking everything inside for no reason. I put them in there just in case. Hey, you know me pretty well. I'm always up for destroying other people's stuff. Yeah, and setting things up to be destroyed is pretty good entertainment, too. Please, don't tell me you're boning. Hey, how about you grab that artifact, then come down to my shop and I'll make you a raft right away. Sounds like a plan. Until then. Farewell. There is it! Haben wir! This is the artifact? Cute. That's sick. Who would put that in a chest? Well, I'm not touching it. You carrier tipsy. Ethan is one twisted man. Da 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 da. Show. Wenn man diesen komischen Weg da links oben, ne? Keine Ahnung, so. Da links, da. Den grünen Weg da. Reingeht, ran runter, dann kommt man zu dem Secret Eingang. Hier und dann kann man die Treppe hochnehmen. Ist aber ein Boss. Und genau so ist es hier auch. In eine andere Richtung kann man hier auch reingehen. Dazu muss man dann hier so ein komisches Rätsel machen. Und es ist irgendwie so ein Portal Ice Backdoor. Ja. Aber es ist sinnfrei, weil man mit Portal und Ice auch durch die Front Door gehen kann. Hier oben ist eigentlich besser. So. Was soll ich das jetzt noch nimm? Einfach um das auch noch zu zeigen, zeige ich mal ganz kurz. Ist er offen? Nö das nicht offen. Das heißt ich muss einmal außen rum laufen so ich hätte auch spielen können aber mir ist die zeit jetzt egal so ich muss erst mal dieses rätsel hier noch mal machen so jetzt habe ich hier nämlich eine bombe da muss ich als allererstes ja hier muss ich eine bombe setzen dann muss ich dann noch mal hochgehen also ist der feuer und portal wie man dann aufmacht die sterben junge so und so also man kann auch nicht das was ich kann mit der wand eis gemacht habe kann man natürlich auch hier über die spiegel machen sollte man in dem fall natürlich so machen und so machen komme ich da schon durch ja das ist schick kann ich so machen so secret andere bombe holen hätte ich auch anzünden können durch dusel jetzt hier so ein bisschen tricky wieder ich muss das kaputt machen die bombe runterschieben mein portal dahin setzen den eisblock rüber runter rüber jetzt kann ich das mache ich jetzt absichtlich so zack also wirklich ohne eis und so geht es auch ne und die bombe kann man jetzt noch benutzen zack zack und jetzt muss man die anzünden und das war nicht schnell genug in dem fall mache ich es anders wow die ist ja nur eine sekunde aktiv oder so also es geht schon so 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 muss ich noch mal kurz reingehen da habe ich verkackt da habe ich verkackt so so genau das war so man kann nämlich die da hochbringen dann steht sie da oben dann kann man die nämlich per portal darunter bringen so war das zack 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 und alle drei betätigt und dann ist man hier und der andere weg hier rum ist bisschen kompliziert aber den braucht man eh nicht weil man auch nur mit portal et cetera und so durchkommt hier muss man so mit eis wandschüssen und portal wandschüssen dann hier habe ich wirklich alles oder so alles erkundet ja das heißt wir gehen da mal hoch kommt da auch alles erkundet ist ja hätte ich jetzt mal gesagt so ja ja alles erkundet heisst ab in the end all cool alles yo ja 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 Musik Das befinde ich schon in sieben Parts, mit dem Hauptspiel durch, mit eigentlich allem einsammeln, was da auf dem Weg liegt. Es gibt jetzt natürlich noch ein paar Karten. Also zum einen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, im Tutorial Cave gibt es noch eine Karte und dann halt noch den Master Cave und dieses komische Secret-Zeug da. Keine Ahnung, was das ist. Joa. Ich denke mal, für den Master Cave werde ich schon so mindestens vier Folgen brauchen. Ich werde sie auch heute nicht aufnehmen. Schon spät. Ich werde sie auch heute nicht aufnehmen. Hehehehe. Hehehe. Well, thanks to Johannes Hellgesund, Daniel Kaplan, Gorthia, The Science Park, Martin Rüttmann, August Testors, The Whiteboard, The Mcnstaff, The Cheese murderer, The Cleaning Crew und mich. Ich werde sie auch heute nicht aufnehmen. Also euch, die Spieler. Ende. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.